Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Ausgabe Community Cares, dem dritten Teil und zwar der Serie, wo ich mich drin widme, welche Themen aus der WoW Community aktuell vorgegeben werden und da habe ich mal wieder einen Beitrag aus dem Forum gefunden, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, sag ich mal und zwar ist er von dem Spieler Genefrey mit der Frage, was würdet ihr bei WoW gerne abschaffen? Er sagt in seinem Opening-Beitrag, das Thema sollte selbsterklärend sein, Haustiere und Spielzeug. Natürlich ist das jetzt ein sehr subjektives Thema, nichtsdestotrotz gebe ich die Frage gleich an euch sehr, sehr gerne weiter, was würdet ihr gerne abschaffen in dem Spiel und wenn man sich die Beiträge durchguckt, ich hätte erwartet erstmal, dass direkt im ersten Beitrag direkt richtig losgeschossen wird, aber der Beitrag von Manni gar nichts, da ich mit vorhandenen zufrieden bin und das, was mich nicht interessiert, einfach ignorieren kann. Und letzten Endes, bevor ich über das Thema selbst nachgedacht habe, so ganz unrecht hat er tatsächlich nicht. Man kann nicht alles ignorieren, beispielsweise den Mythic-Plus-Score, der jetzt eingeführt wurde für Instanzen. Es ist einfach so, ohne diesen Score kommst du in gewisse Gruppen nicht mehr rein, das kann man nicht wegignorieren. Oder so Sachen wie, dass man Erfahrungen für Raids braucht in Random-Gruppen, aber das hat halt auch schon so seinen Zweck, wenn man irgendeinen schwierigeren Inhalt bestreiten will, dann sollte man sich meiner Meinung nach damit auch auskennen, was man da tut. Aber für so Sachen, wie es hier oben steht, Haustiere und Spielzeug, ja, wenn ich die nicht mag, ich habe damit zum Beispiel auch sehr wenig Berührungspunkte, wenn ich Haustiere kriege, ja, ich sammle die, dann gibt es irgendwann mal ein Achievement selbst mit Spielzeug, aber wirklich wegfetzen tut es mich nicht. Inkompetent sagt Token, die halbgaren Systeme, Torgast, Pakt, Conduits, Herrschaftssockel, im Allgemeinen den Ingame-Shop und Vulpera. Bei Vulpera bin ich komplett raus, da stimme ich nicht zu. Und ansonsten Torgast, Pakt, Conduits, Herrschaftssockel. Bei Pakt gehe ich mit, das ist für mich ein System, was es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Torgast hätte auch besser sein können. Wobei, ich will es mal gar nicht so viel kommentieren. Ich lese erst mal ein paar Sachen hier vor, was die Leute so schreiben. Nehmen wir mal, sämtliche Obergrenzen bei sämtlichen Währungen, Questlog-Obergrenze, das Blockieren von Folgequests, nur damit man die Questreihe auf Monate strecken kann. Hm, guter Punkt. Ich würde gerne Activision bei WoW abschaffen, wo darf ich unterschreiben? Äh, da wird sich beleidigt, man kennt es, Time-Gating von kosmetischen Inhalten und generelles Aufsplitten von Content, ausgenommen von Klassenfraktionen, unsinnige Caps, die WoW-Marke, Questlog-Obergrenze, Timerun-Gedöns, unnütze Systeme wie Conduit Energy, LFR und Chromie. Und dann zieht sich das so weiter. Also, hier hat er ein Plus-PVP, exponentielle Progression bei Damage-VP, sodass man kein Level- und Item-Squeeze mehr bräuchte. Ja, also es sind einige valide Punkte, oder man sieht, dass das Meinungsbild in der Community sehr weit auseinander geht. Wenn ich mir was aussuchen dürfte, was es in WoW nicht mehr gäbe, ist eine zweischneidige Sache. Ich bin auch gegen den In-Game-Shop, auch wenn der nur, nur in Anführungszeichen, kosmetische Inhalte bietet, beziehungsweise, ja, mit dem Token kann man sich theoretisch gegen Echtgeld Gold kaufen und mit dem Gold dann wiederum Ausrüstung. Ja, den Punkt sehe ich. Das Token, ja, die Spieler würden wahrscheinlich trotzdem an ihr Gold, oder bei Gold dann bei Gold-Sellern holen, aber so profitiert halt Blizzard von, schlau, von Blizzard-Sicht aus. Aber ansonsten, ich mag den In-Game-Shop nicht, vor allem in Bezug auf die Mauns. Das stört mich am meisten, denn oft hast du es so, dass Blizzard für neue Models, die wirklich mal ganz, oder, ist auch wieder subjektiv, aber ich finde für meinen Geschmack, dass Models, die mal cool sind und recht neu immer im In-Game-Shop landen und zu den neuen Add-Ons bekommst du auch mal zwei, drei Models, die du so kriegen kannst. Ja, wahrscheinlich sind es mehr, aber oftmals sind es danach nur noch Recolors und dann wird trotzdem ein neues Model in den Store geballert für 30 Euro. Nee, 20 sind es, glaube ich, und das gefällt mir nicht ganz so gut. Dasselbe ist mit diesen Chart-Diensten, die finde ich viel zu teuer. Also eine Chart-Aufwertung für 60 Latten, das ist schon ordentlich. Auch beim Server, Trans 25 Euro, da könntest du ruhig mal 15 Euro mit dem Preis runtergehen, finde ich. Das, der In-Game-Shop, also diese Chart-Dienste kannst du beibehalten, finde ich teilweise sinnvoll, gerade Serverwechsel und so Sachen, aber könnten gerne ein bisschen günstiger sein für die Spieler, wobei man dann aus anderer Sicht wieder sagen muss, ich weiß nicht, was das dann ändern würde, wenn es den Shop nicht mehr gäbe, ob Activision dann sagen würde, ja, aber so viel Gewinn macht ja jetzt WoW nicht mehr, dann schaffen wir es ganz ab ohne den Shop. Und was mich nervt, ist Time-Gating. Das ist, glaube ich, sind so die Punkte, ich mag es lieber, weiß nicht, wenn neuer Content rauskommt von mir aus, wenn jemand das in 5 oder in 24 Stunden durchprügeln will, soll er es doch machen. Dann hat er was für seinen Effort gemacht und dann hat er sich, wenn er dann besseres Gear hat oder sonst was als ich, dann hat er sich das auch verdient, weil er eben die Zeit gleich am Anfang reingesteckt hat. Und genauso finde ich es immer schade, wenn ein neuer Patch rauskommt, dann kann ich anderthalb Stunden spielen, weil es neue Quests gibt und so, und dann Schluss. Ist nichts mehr. Jetzt musst du erst mal eine Woche warten, bis es neuer M-Plus-Loot kommt, dann musst du zwei Wochen warten, bis der Raid auf Mythic aufmacht. Also Sachen, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ich hätte gerne wieder bei einem Patch-Day und so weiter alles ab dem ersten Tag verfügbar. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen.